Die Residenz Drehkolumbe ist ideal für diejenigen, die beschlossen haben, in einem ruhigen Wohngebiet im Grünen zu leben und trotzdem in der Nähe von Lugano zu bleiben. Die Residenz befindet sich in Kadempino, der Gemeinde mit dem tiefsten Steuersatz im ganzen Kanton. Das Gebäude bietet insgesamt drei Wohnungen. Zwei horizontal positionierte Wohnungen von 130 Quadratmetern und eine Zwei-Etagen-Wohnung mit 145 Quadratmetern. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über eine überdachte Veranda und haben einen privaten Garten, während die Wohnung im ersten Stock eine große überdachte Terrasse hat. Der Bau wird auf hohem Standard realisiert und die Wohnungen sind nach den Bedürfnissen des Käufers personalisierbar, wie zum Beispiel Küche, Badmöbel und Fußboden. Draußen gibt es für jede Wohnung zwei reservierte Parkplätze. Drehkolumbe – ein idealer Ort für diejenigen, die den Komfort der Stadt wünschen und zugleich in Ruhe wohnen wollen.